So, hier ist eine Radarfalle meine Freunde. Das ist eine Kamera, die geht hier so rum. Ja, ich gehe hier auch einfach mal so rum. Und dann sieht man da das Blitzlicht. So, da ist das Blitzlicht. Ja, und dann geht das hier runter. Und hier ist, glaube ich, noch mal so ein Ding. Das finde ich ganz nett oder sowas.